Oh, da ist der Adam. Hallo Fitz, du bist auch da. Ich gehe mit Adam mit. Geht ruhig zu Papa. Okay, du bist aber um 4 Uhr wieder zu Hause. Lass uns zur Cafeteria gehen. Ich habe Hunger auf Frikadellen. Ist in Ordnung. Ich hätte gerne eine Frikadelle. Hier hast du deine Frikadelle. Das sieht aber lecker aus. Lass uns ein Spiel spielen. Wir essen ohne Hände und wer nach einer Minute mehr gegessen hat, der hat gewonnen. Oh mein Gott, ist das peinlich. Krass kann die gut spielen. Viel besser als mein Alter. Wir hatten viel Spaß zusammen, aber ich muss jetzt wirklich nach Hause. Treffen wir uns morgen wieder hier zum Frikadellen-Essen? Ja, um 12 Uhr. Bis zum nächsten Mal.